Vor allem Senioren und Angehörige von Demenz- und Alzheimer-Patienten schätzen das Angebot der Valentin Elektronik GmbH. Das Unternehmen stellt innovative Wanduhren und digitale Wandkalender her. Eine spezielle Neuentwicklung sind Seniorenuhren, die neben der analogen Uhrzeit auch das Datum und die Tageszeit als ausgeschriebene Text anzeigen. Wählen Sie dabei aus acht Sprachen. Besonders aber die neue Uhr für Demenz-Patienten bietet viele Funktionen, die sich pflegende Angehörige lange gewünscht haben. Mittels kostenfreier App können von überall aus Nachrichten und Termine gesendet und auf dem Display angezeigt werden, inklusive Erinnerungston. All diese Informationen können auch über eine USB-Schnittstelle per PC oder Laptop verwaltet werden. Das vereinfacht die Alltagsbewältigung und Orientierung im Tagesablauf erheblich. Andere Uhren der Firma Valentin Elektronik werden in Betrieben und Schulen eingesetzt. Im Letzteren natürlich mit gut hörbarem Pausengong. Im Letzteren 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 Im Letzteren